Wenn wir von freier, quelloffener Software sprechen, dann meinen wir oft jede Art von Linux oder höchstens noch FreeBSD, also ein BSD-Derivat. Niemand mag daran denken, dass zum Beispiel Windows oder auch macOS je quelloffen sein könnten. Während macOS allerdings seinen Ursprung bei Unix hat, ähnlich wie Linux, ist Microsoft seit jeher seine eigenen Wege gegangen. Seit Mitte der 90er Jahre existiert der Microsoft NT-Kernel als Nachfolger für den DOS-Kernel und seit jeher hält sich Microsoft bezüglich dieser Software komplett bedeckt. Gäbe es da nicht ein kleines, gallisches Dorf, die seit Anfang der 2000er Jahre, also seit 2003, versuchen, diesen NT-Kernel als Open Source, als freie Open Source Alternative nachzubauen. Und hier kommen wir zu React OS. Ein Windows-Klon oder besser gesagt ein Projekt, das versucht Microsoft Windows Open Source zu machen. Also, schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS und heute schauen wir uns mal React OS genauer an. React OS ist nicht einfach nur ein Emulator, der ähnlich wie Wine versucht Windows zu emulieren, sondern React OS versteht sich als eigenständiges, vollkommen unabhängiges Betriebssystem, welches nahezu gleich aufgebaut ist wie Windows. Hier in dieser Übersicht sehen wir den Aufbau eines solchen Windows-Betriebssystems. Und zwar gab es hier nur kleinere Änderungen nach Windows 95, 98 und N-E. Dort ist dann aus dem DOS-Kernel dann der Windows NT-Kernel entstanden und damit auch Windows NT, 2000 XP und so weiter. Und bis heute Windows 11 sitzt Microsoft Windows auf dem NT-Kernel. Und so ähnlich haben es auch die Macher von React OS. Sie haben einen React OS-Kernel geschrieben, welches ein Klon des Windows NT-Kernels sein soll und haben im Prinzip die gesamte Betriebssystemstruktur ähnlich aufgebaut wie Windows. Hier noch als Beispiel ganz rechts sehen wir, wie Linux mit Wine arbeitet. Hier sitzt der Linux-Kernel und deren Module eben an unterster Ebene auf der Hardware. Darauf folgt ein grafisches System, die gesamte Arbeitsoberfläche und dann eben die Win32 API, die dann eben die Windows-Anwendungen steuert und ausführt. Und damit unterscheidet sich React OS von sonstigen anderen Windows-Emulatoren. Auf der Wiki-Seite, auf Wikipedia von React OS, kann man sich noch einmal genauer durchlesen und anschauen, wie so der aktuelle Entwicklungsstand ist. Aktuell befindet sich das Projekt auch nach 20 Jahren immer noch im Alpha-Status. Wir befinden uns in der Version 0.4.14. Um dieses System herunterzuladen, einfach hier auf Download klicken oder eben hier einfach auf Download, dann die Boot-CD herunterladen, nicht die Live-CD, hier wird noch eine Live-CD angeboten. Ich empfehle tatsächlich die richtige Boot-CD herunterzuladen und dann das Ganze über eine virtuelle Maschine zu starten. Denn in virtuellen Maschinen, egal ob das jetzt VirtualBox, VMware oder QMU ist, funktioniert React OS laut Entwickler immer noch am besten, denn der native Treibersupport für Hardware ist sehr, sehr eingeschränkt. Bei der Erstellung einer virtuellen Maschine gibt es noch eine Kleinigkeit zu beachten, zum Beispiel, dass hier anstelle von UEFI BIOS ausgewählt wird, denn UEFI Support ist bei React OS noch nicht gegeben. Das würde also nicht funktionieren. Ja, dann würde ich mal sagen, booten wir mal rein. Ich habe hier schon die ISO eingelegt und das System gestartet. Und als allererstes kommen wir hier in eine Sprachauswahl. Und ja, dieser wunderschöne blaue Bildschirm erinnert einen dann doch sehr an die alten Zeiten von Windows. Ich glaube sogar bis Windows 7, wenn ich mich nicht irre, war der Installer zu Beginn ebenfalls blau. So, dann wollen wir mal schauen, ob wir hier German oder Deutsch finden. Ich werde jetzt hier einfach mal durchscrollen. Aha, German Germany. Jawohl, dann nehmen wir das. So, willkommen zum React OS Setup. Drücken Sie Enter, um React OS zu installieren. Dann gibt es noch Reparieren, Lizenzabkommen lesen und so weiter oder die Installation abbrechen. Ich drücke jetzt einfach Enter und hier wird auch noch mal darauf hingewiesen, dass es sich bei React OS eben um eine Alpha-Version handelt und noch eine Menge Fehler hat und damit nur zu Testzwecken installiert werden soll. So, einmal weiter. So, hier werden die Geräteeinstellungen noch mal, ja, aufgelistet. Da ist zum Beispiel der Computertyp, der PC-Uni-Prozessor und auch der Anzeige- bzw. Display-Treiber wird hier angezeigt. Und ich würde mal sagen, ich versuche den mal zu ändern, ob das funktioniert. Ich schaue mal, ob wir hier Full HD haben. Das sieht erst mal nicht danach aus. Ich würde aber statt 800 mal 600 dann doch lieber 1024 mal 768 nehmen. So, dann haben wir ein kleines bisschen besser aufgelöst als 800 mal 600. So, dann akzeptieren wir die Geräteeinstellung. Hier kommen wir zur Partitionierung. Das Schöne ist, wir müssen hier nicht selber partitionieren, sondern ich kann den unpartitionierten Bereich einfach auswählen und mit Enter die Installation starten. Und hier kann ich dann noch auswählen, ob die Partition ein FAT-Dateisystem sein soll oder ein ButterFS-Dateisystem. Ja, du hast richtig gehört. Es gibt das sogenannte WinButterFS-Dateisystem, welches ebenfalls hier genutzt werden kann als Alternative zu FAT. Ich schlage aber vor, wir nehmen das alte FAT-Dateisystem, da kommt ein bisschen Nostalgie dann raus und wir drücken Enter und fortzusetzen. So, dann werden die Installationsdateien auf die ausgewählte Partition kopiert. Das Installationsverzeichnis kann slash reactOS sein und da sage ich einfach Ja und jetzt wird alles installiert. So, hier werde ich jetzt gefragt nach der Installation des Bootloaders. Ich nehme den Standard-MBR und VBR und jetzt wird der Computer neu gestartet. Ich drücke Enter. So, einmal neu gestartet, komme ich in dieses wunderschöne Startmenü und dann gehen wir ganz einfach ganz oben auf reactOS. Das ist bereits ausgewählt und ich drücke Enter und dann bin ich mal gespannt, ob das Ganze funktioniert. So, herzlich willkommen beim reactOS Installationsassistenten. Das sieht wirklich ganz nach Windows 95 aus und wir machen mal weiter. So, hier sehen wir eine Danksagung all jener Projekte, die mit am reactOS Projekt beteiligt sind. Unter anderem eben das Wine-Projekt selber, die die ganzen Bibliotheken und DLLs auch hier zur Verfügung stellen. Dann Mesa 3D für die Grafiktreiber, dass hier überhaupt irgendwas angezeigt wird. Aber auch die GNU Free Fonts sind mit dabei, die Déjà-vu Fonts und das Projekt ButterFS, die eben das Win ButterFS hier mit implementiert haben. So, dann einmal weiter. Jetzt können wir hier auswählen, ob wir reactOS Server oder Workstation installiert haben möchten. Ich nehme einfach Standard und mache mal weiter. So, hier werden dann die Spracheinstellungen nochmal angeboten. Das brechen wir jetzt aber einmal ab und machen weiter. So, hier kann ich den Namen und die Organisation eingeben. Dann machen wir einfach Typ und die Organisation ist so ein Typ im Internet. Dann einmal weiter. So, hier ist dann der Computername. Das lasse ich jetzt einfach so, wie es ist. Und dann kann ich hier ein Administrator-Passwort festlegen. Ich nehme da ein kompliziertes und schweres Passwort. Dann einmal weiter. Hier kann ich noch einmal die Zeit entsprechend einstellen. Einfach umstellen, dann auf weiter. So, dann haben wir hier wunderschöne Layouts. Da gibt es einmal das Windows XP-Layout oder so ein bisschen XP-Nachempfunden. Wobei das wirklich sehr schön im Flat-Style ist. Was haben wir noch? Es gibt Luna. Okay, das erinnert mich wohl noch eher an XP, an das alte, oder das XP3, Version 3. So, was haben wir hier? Lautus. Okay, hat so ein bisschen was vom alten Gnome, will ich mal sagen. Ja, und das Win Classic halt. Das klassische Windows. Und das lasse ich auch. Das gefällt mir. Das nehmen wir. So, gehe ich hier mal auf Benutzerdefinierte Einstellungen. Und hier sehe ich, bei Netzwerkkomponenten hat er leider kein Gerät gefunden. Dann machen wir erst mal weiter. Arbeitsgruppe ist okay. Und dann wird das Ganze jetzt noch fertiggestellt. So, jetzt wo wir das alles schön installiert haben, will ich mal schnell schauen, was wir hier so alles machen können. Ich gehe jetzt hier einfach mal rechtsklick auf Eigenschaften, denn in der Regel kann man hier dann ein Hintergrundbild festlegen. Und ja, da scheint es ein paar tolle, klassische Bildschirm-Hintergrundbilder zu geben, die es damals schon bei Windows 95 gab. Zum Beispiel hier dieses Aurora. Ich kann mich entsinnen, dass ein ähnliches Bild damals schon gegeben hat. Dann gibt es noch diverse Reaktors eigene Hintergrundbilder. Ja, es gibt unzählige Bilder, die man hier mal durchschauen kann, die wirklich sehr, sehr schön sind. Auch Bildschirm-Schoner, die klassischen alten Bildschirm-Schoner, die es damals ja so üblich waren bei Windows 95, auch die hat man hier auf jeden Fall mit implementiert. Finde ich sehr, sehr cool. Ich gucke mal, ob das funktioniert mit Vorschau. Ja, super. Da hatten wir hier den Matrix-Bildschirm-Schoner. Finde ich super. So, wir machen es aber auch keinen. So, dann was haben wir hier? Hier haben wir dann auch noch die Möglichkeit, den Fensterstil zu ändern. Auf Luna, Lautus, Mitsu und Modern. Ja, ich lasse aber den klassischen Stil. Der gefällt mir so am besten. Und dann gibt es halt die ganzen Farbthemen, die es damals auch bei Windows 95 gab. Gut, wir lassen das aber auch so, wie es ist. Und hier haben wir nochmal die Möglichkeit, die Auflösung entsprechend anzupassen. Ich will mal schauen, ob wir das hier noch ein bisschen verbessern können. Ja, und das sieht sogar ganz gut aus. 1.280 mal 720. Ja, dann würde ich doch sagen, lassen wir das Ganze mal so mit den höchsten Farben. Dann haben wir hier ein wunderschönes Vollbild. So, was haben wir denn hier oben? Wir haben hier den Arbeitsplatz. Und da öffnet sich quasi sowas wie ein Explorer. Ich nehme mal an, der heißt ReactOS Explorer oder ähnlich. So, gut, es steht jetzt hier kein Name da, wie das Ganze heißt, dieses Programm im Prinzip. Aber ich nehme mal an, das wird sowas wie der ReactOS Explorer sein. Und anders als zum Beispiel bei Linux gibt es hier eben nicht diese klassische Unix-Ordnerstruktur mit den Slash Boot, Slash Dev, Slash und irgendwas. Sondern hier gibt es auch ganz Standard, wie bei Microsoft Windows auch, das C-Laufwerk und alles mit Buchstabenlaufwerken. Wenn ich jetzt hier draufgehe, habe ich hier Dokumente und Einstellungen, so wie es damals noch üblich war. Und innerhalb von Dokumente und Einstellungen gab es dann die einzelnen Nutzer-Ordner. Hier bin ich jetzt als Administrator angelegt und habe dann hier eben eigene Musik, eigene Videos und Desktop und so weiter. Ebenso gibt es hier den Ordner Programme. Das gesamte System ist ein 32-Bit-System und von daher werden alle Programme in einen Programme-Ordner rein installiert. Das können wir nachher mal ausprobieren. Und dann gibt es noch einen Ordner ReactOS. Das ist im Prinzip das Pendant zu dem Ordner Windows, wo im Prinzip das eigentliche Betriebssystem installiert ist. Und was haben wir noch an unserem Arbeitsplatz? Es wird einmal noch das CD-Laufwerk angezeigt. Da habe ich jetzt aber aktuell nichts drin. Und dann haben wir die NT-Objekt Namespaces. Die sind, glaube ich, für den Nutzer nicht ganz so interessant. Wobei das Ganze hier als Server auch installiert wurde. Und ich denke, dass Namespaces dann durchaus sinnvoll sind. Dann gibt es die System-Registry. So, das sieht dann tatsächlich ein kleines bisschen anders aus als bei Windows selber, weil es keinen eigenen Registry-Editor gibt, sondern das Ganze ist hier in den Explorer integriert worden. Und das ist gar nicht so schlecht. Hat natürlich auch was. Und hier sieht man dann auch, dass wirklich detailliert Windows komplett nachgebaut wurde, inklusive der Struktur mit der System-Registry. So, dann gibt es noch die System-Steuerung. Die kennt man dann auch. Und das ist im Prinzip alles, was mit regulären Einstellungen zu tun hat. So, neben eigene Dateien kann man hier dann auch die Netzwerkumgebung dann ja bauen. Momentan ist hier gar nichts implementiert. Und es gibt hier einen Anwendungsmanager und das unterscheidet immens von Windows, denn unter Windows gab es einen solchen Anwendungsmanager nicht. Über diesen Anwendungsmanager kann ich diverse Anwendungen eben nachinstallieren, aber eben auch Aktualisierungen durchführen, wenn es Aktualisierungen gibt. Bereits installierte Anwendungen werden hier unter Anwendungen angezeigt. Wenn Aktualisierungen verfügbar sind, eben dann hier. Und dann kann ich hier jetzt im Prinzip alles auswählen, was ich haben möchte. Ich kann sogar Spotify installieren. Und ich würde jetzt aber mal sagen, wir installieren mal Winamp und die dazugehörigen Codecs, würde ich sagen. Jawohl. Dann möchte ich den VLC Media Player noch installieren. Und wir schauen mal, was wir sonst noch so Schönes haben. Ja, wir gucken mal, ob Notepad++ hier ordnungsgemäß funktioniert. Und hier gibt es dann noch ein paar diverse Treiber für die entsprechenden VMs, also VirtualBox oder VMware. Das brauche ich jetzt nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Sound bei mir jetzt hier funktioniert, weil ich hier keine Treiber installiert habe. So, hier gibt es dann noch einige Themes zum Nachinstallieren, wie zum Beispiel das Longhorn 5048 Aero Theme. Das ist im Prinzip das Windows Vista Theme, denn Longhorn war ja lange, wer es vielleicht nur sich noch erinnern kann, Longhorn war quasi der Codename für Windows Vista, bevor Windows Vista veröffentlicht wurde. So, ich werde das Ganze jetzt mal hier auch auswählen und dann, ja, würde ich sagen, gehen wir zur Installation ausgewählt. Hier können wir dann nochmal nachschauen, was wir alles ausgewählt haben. Und dann sage ich installieren. Und in der Tat wird das Ganze hier online heruntergeladen. Das sagt mir auch, dass das Netzwerk hier funktioniert, das Internet. Einmal die Sprache auswählen. Window, Winamp, weiter. So, dann wird das hier installiert in C-Programme Winamp. Das ist in Ordnung. Ja, das kann alles mit installiert werden. Ja, können wir ja auch mit Startbildschirm und so weiter mit Symbol auf dem Startbildschirm lassen. So, aber wir wollen es noch nicht starten, fertigstellen. Und jetzt kommt quasi das Nächste. Ja, das unterscheidet natürlich auch immer zu Linux-Installationen. Ja, Installationen müssen hier wirklich von Programm zu Programm einzeln immer durchgegangen werden. Man muss hier alles Mögliche bestätigen und weiter. Und Localization will ich hier haben. Ich möchte German drin haben. Danke, weiter. So, das können wir jetzt alles so. Wir machen auch einen Shortcut auf dem Desktop und weiter. Ja, und während bei Linux oder anderen freien Betriebssystemen, ja, dann wird einfach alles runtergeladen und installiert und dann ist fertig. Ja, und hier muss halt alles einzeln installiert werden. So, hier haben wir den VLC Media Player. Der wird jetzt direkt heruntergeladen und dann installieren wir ihn auch. Und hier sehen wir auch Win32.exe. Ja, das heißt, das sind alles 32 Bit Anwendungen. Dann weiter. Okay. Weiter. Das kann alles so bleiben. Videolan ist okay. Und dann wird das Ganze installiert. So, ausführen wollen wir noch nicht. Fertigstellen. Und jetzt wird das Nächste direkt von GitHub heruntergeladen. So, einmal Accept. Und zwar ist das das Aero Theme. Und so wie es aussieht, wer das hier eben gesehen hat, du kannst ja das Video nochmal ganz kurz ein Stückchen zurückspulen und dann mal auf Pause drücken. Da stand nämlich, dass das aus dem Webarchiv heruntergeladen wird worden. Das heißt, das ist alles hier schon gar nicht mehr so richtig aktuell. Aber, ja, wir haben es mal installiert. Ich bin mal gespannt, ob wir das Windows Vista Theme hier aktivieren können. Und zu guter Letzt werden hier noch die Audio Codecs installiert. So, von cif.org. Einmal weiter. 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 Wir können den HTML5 Video Tag für Internet Explorer ruhig mit installieren. Ich habe den Internet Explorer allerdings noch nicht gefunden. So, a recognized version must be done manually. Okay, kein Problem. Ja, der Windows Media Player ist ebenfalls nicht mit integriert. Release los brauche ich jetzt nicht. Und ja, im Prinzip sind wir quasi fertig. Dann einmal aktualisieren. Hier sehen wir dann nochmal die Anwendungen, die installiert sind. Jetzt wollte ich aber mal schauen, ob wir noch einen Browser installieren können. So, hier gibt es den Mozilla Firefox, den Opera Browser Otter. Und das war es im Prinzip schon. Dann würde ich sagen, installieren wir uns noch den Firefox. Und ich nehme mal den Version 48. Das ist quasi die neueste. So, und installieren wir auch. Also die neueste, wahrscheinlich die letzte 32-bittrige Version. So, ich mache benutzerdefiniert, weil ich will immer gerne wissen, was der dann noch alles mit installiert. Ein Wartungsdienst möglich ist, Firefox ohne Benachrichtigungen zu aktualisieren. Das brauchen wir jetzt nicht. Desktop-Startmenü, Schnellstartleiste können wir auch so lassen. Und Standard-Webbrowser auch, weil es ist dann auch der einzige, den wir hier auf dem System haben. Brauchen wir jetzt aber erstmal noch nicht starten. So, das reicht jetzt erstmal mit den Anwendungen. Ich mache das hier mal zu. So sieht jetzt so der Desktop ein bisschen aus. Sehr schön. Was ich noch nicht geprüft habe hier auf dem Desktop, befindet sich eine Lease-Mich-Datei. Ja, die sollte man dann doch mal öffnen, um mal zu schauen, was denn der Entwickler uns dann noch so mitzuteilen hat, wenn wir ReactOS das erste Mal starten. Wie wir hier sehen, ist diese Datei, zumindest diese Readme-Text, zuletzt am 31. August 2016 geupdatet worden. Das sind jetzt auch schon wieder, ja, sechs Jahre her, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und hier wird dann einfach nochmal ein bisschen beschrieben, was ReactOS ist. Was es nicht ist. Und ja, auch die ganz wichtige Frage, ist ReactOS eigentlich legal, wenn es doch so aussieht wie Windows? Und hier sagen sie, ja, sind wir. Gut, dann machen wir mal weiter. So, Winamp haben wir einmal hier. Und dann können wir hier auswählen, wie das Ganze aussehen soll. Ich nehme den Ben 2. Was haben wir hier sonst noch? Big Ben 2, Winamp Classic und Modern. Ich nehme Winamp Modern. Das hat mir damals immer am besten gefallen. So, dann können wir das so lassen und dann fertigstellen. So, Winamp wurde jetzt kurioserweise nicht gestartet. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze jetzt abgestürzt ist. Ich werde mal hier in den Task Manager reingehen und schauen, ob hier irgendwelche Anwendungen jetzt gestartet wurden oder Prozesse. So, Winamp ist auf jeden Fall als Prozess gestartet. Das sieht man hier schon mal. Allerdings nicht als, ja, Anwendung im Vordergrund. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ich werde den Prozess jetzt hier einfach mal, ja, killen. Jawohl. So, jetzt ist er weg. Und dann probieren wir es nochmal aus. Ich werde jetzt Winamp nochmal starten mit Doppelklick. Aber sieht nicht so aus, als wenn das funktioniert. Ja, hier ist Winamp wieder gestartet. Aber es startet nicht in den Vordergrund. Und das ist sehr, sehr schade. Wir können den Prozess jetzt wieder beenden. Und damit hat sich das erstmal für Winamp soweit erledigt. So, Notepad++, das hat schon funktioniert. Das habe ich vorhin schon gesehen. Ja, es ist natürlich alles jetzt hier ein bisschen laggy, weil der Bildschirmtreiber der Standard-Mesa-Treiber ist. So, ansonsten sieht es ziemlich gut aus. Es lässt sich sicherlich ziemlich gut damit auch umgehen und arbeiten, wenn ich das hier richtig sehe. Und es sind halt alle Funktionen eben auch gegeben, die es so gibt. Jetzt steht hier Launch in IE. Und tatsächlich, es gibt den Wine Internet Explorer. Das ist ja interessant. Den habe ich nicht gefunden, den Wine Internet Explorer. Ich werde mal schauen, ob ich den jetzt hier irgendwo... Ne, kann ich hier nicht irgendwo anheften. Gucken wir mal, ob dieser Internet Explorer überhaupt funktioniert. Wenn ich jetzt hier auf Google gehe... Ach, tatsächlich, das funktioniert. Sieht auch gar nicht mal so flecht aus. Es ist noch sehr, 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 sehr alt. Nicht schlecht. So, wir können mal auf YouTube gehen. Und ja, YouTube streikt dann und sagt, ja, bitte aktualisiere den Browser. Also mit dem alten Internet Explorer lässt sich da natürlich nicht mehr großartig im Web surfen. Gut, sei es drum. Notepad++ funktioniert also hervorragend vorerst. So, dann probieren wir mal den VLC Media Player aus. Und ich habe hier eine Datei heruntergeladen. Eine OGV-Datei. Und ja, scheint erst mal abzuspielen. Ton hören wir jetzt nicht. Also auch in meiner Soundkarten-Ausgabe höre ich gerade keinen Ton. Das scheint hier aktuell in der virtuellen Maschine nicht zu funktionieren. Es gibt sicherlich eine Möglichkeit, wie man den Ton dann entsprechend einstellen kann, damit er auch kommt. So scheint jetzt aber die Medienwiedergabe erst mal so weit zu funktionieren. Ich kann jetzt hier leider nicht auf Vollbild schalten, weil dann stürzt mir jetzt hier alles ab, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe das jetzt nochmal ein bisschen so größer gemacht. Und wenn das bei dir jetzt so aussieht, als wenn die Qualität sehr schlecht ist, die ist tatsächlich von dem Video sehr schlecht. Auch wenn es ein 720p Video ist, ist das Rendering und die Übersetzung hier innerhalb der virtuellen Maschine auf ReaktOS jetzt nicht sonderlich blendend. Gut, aber gut, sei es drum. Zumindest konnten wir mal die Medienwiedergabe testen. Dann Winamp hatten wir getestet. So, dann gucken wir mal Mozilla Firefox. Der Internetbrowser. Ja, so sieht der Mozilla Firefox aus, wie ich ihn auch noch in Erinnerung hatte. Von früher quasi mit diesen runden Tabs quasi. Die fand ich gar nicht so schlecht, sah im Prinzip ganz gut aus. War ein ziemlich gutes System eigentlich, finde ich. Und da gibt es hier auch gar nichts so weit auszusetzen. Das funktioniert alles wie gehabt. Ich kann ja mal schauen, ob YouTube.com, ob das funktioniert oder ob er jetzt hier auch gleich meckert. Ja, er meckert auch. Er möchte eine neuere Version vom Firefox haben, da das Ganze sonst nicht funktioniert. Kann ich ein Stück weit verstehen. Wir können ja noch mal schauen, welche Version wir gerade hier haben. Das ist die Version 48. Und hier im Hintergrund wird gerade schon eine neuere Version heruntergeladen. Dann würde ich sagen, wir warten einfach mal ab. Das ist wiederum auch so ein Unterschied zwischen Linux. Ja, während bei Linux muss man das Ganze dann über den Update, über den Paketmanager dann nachher updaten. Hierüber bei Windows oder beziehungsweise eben auch hier bei ReactOS, bei den NT-basierten Betriebssystemen. Da werden die Updates dann innerhalb des Programmes im Hintergrund automatisch durchgeführt. So, ich mache jetzt einfach mal Firefox neu starten und bin dann mal gespannt, welche Version wir dann installiert haben. Ja, so wie es aussieht, funktioniert der Firefox nach einem Update dann nicht mehr. Der lässt sich einfach nicht mehr öffnen. Das ist halt so dann auch der Nachteil ein Stück weit von ReactOS. Ja, es ist halt eine Alpha-Version. Es enthält noch viele Fehler. Es funkt gerade Updates von Software, die ursprünglich noch nicht vorgesehen war auf dem System, können immer wieder Probleme verursachen. Gut, sei es drum. Firefox ist jetzt auch zerschossen. Das haben wir erfolgreich erledigt. Wir haben ja noch was runtergeladen, und zwar den Longhorn Aero Style. Das wäre dann das hier. Das hatten wir. Farbschema. Gibt es Default? Und so ein bläuliches? Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich gehe jetzt mal auf Anwenden. Und ja, das ist so dieser, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Vista Style. Es könnte aber auch Windows XP Service Park 3 gewesen sein. Das sah ähnlich aus. Ja, ist natürlich auch ein sehr, sehr netter Style, dieser Aero Style. Und Default ist dann eher Silber-Grau anstatt Blau. Ist auch in Ordnung. Ich sage jetzt einfach, okay, wir lassen das Ganze. Also was ist React OS? React OS ist keine billige Kopie von Windows und ist auch nicht als Daily Operating System oder als Daily Driver zu verwenden, sondern React OS ist ein Projekt von Enthusiasten, die ein sehr altes, properitäres System mit in die quelloffene Welt bringen möchte. Aktuell befindet sich dieses Betriebssystem noch in einer Alpha-Phase und das wird, denke ich mal, auch die nächsten Jahre noch so bleiben. Es ist wohl eher nicht abzusehen, dass React OS Windows irgendwann komplett einnehmen oder ersetzen wird. Wie siehst du das Ganze? Was hältst du von dem Projekt React OS? Lass es mich einfach wissen unten in den Kommentaren oder komme direkt in meinen Matrix Space. Link dazu in der Videobeschreibung. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Ich bin ja nur so ein Typ. Vielen Dank.